Dann können wir den Stab dann hier reinräumen. So. Und die ganze Truppe. Weiter geht's. Ah, na endlich. Spiel speichern. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich in Gletschertal angekommen. Ja, wäre schön gewesen, wenn wir ein bisschen Ton hätten. Willkommen, Fremdlingen. Der Stadthalter wünscht mit allen zu sprechen, die aus dem Süden kommen. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Ihr findet ihn in der Taverne zum glücklichen Hurk. Ich habe noch nie gesehen, dass Wölfe eine gut bewaffnete Gruppe angreifen. Irgendetwas muss sie angestachelt haben. Na dann. Unser Held kam mit einer Warnung an den Stadthalter aus der Wildnis zurück. Sein Geist war gestärkt und bereit, sich den Prüfungen zu stellen, die noch auf ihn zukommen sollten. Schreibt mir mal bei Gelegenheit in die Kommentare, ob das mit dem Sound so richtig klappt, dass man den Kollegen, der da eben gelabert hat, gehört hat. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Allgemeine Lautstärke ist in Ordnung. Stimmen-Lautstärke können wir mal hochstellen. Musik-Lautstärke, ja, das ist ja definitiv ein bisschen zu heftig. So. Okay. Wie gesagt, wir haben es geschafft. Wir sind im Gletschertal. Wir speichern lieber nochmal. Ja, ich weiß. Speichern ist eine tolle schöne Angelegenheit. Äh, ist das die Taverne? Ach, das sieht man wieder nicht. Äh, Magikatorium. Nein, das ist Taverne zum glücklichen Hurgis. Ah, da steht es doch. Ja, nein, da wollen wir nicht hin. Gibt es hier irgendwo einen Schmied? Da könnte hier rechts einer sein. Nein, das ist ein Maultierverkäufer. Da geht es weiter, da wollen wir auch noch nicht lang. Ähm. Hm. Aha, wir können also durch das Fenster mit jemandem reden. Okay, das sieht schlecht aus. Okay, dann eben nicht. Dann werden wir ins Magikatorium hineingehen. Ähm. Na, dann eben da rein. Ja, bitte die ganze Truppe. Äh, Schreien des Wiedererweckens. Cool. Okay, kannst du mit uns reden? Ganz schön frisch da draußen, nicht wahr? Den sieben Mächten sei Dank, dass ich nicht immer hier leben muss. Ich komme nur hier hoch, um Experimente zu machen. Wärme und Eiszauber, darum geht's. Wie dem auch sei, wenn ihr wollt, könnt ihr euch meine Zauber- und Heiltränke anziehen. Ja, aber da bitte ich doch drum. Denn, wir wollen einiges loswerden. Spätestens die ganzen Waffen, die wir besitzen. Ähm, die Lederstiefel behalten wir noch einen Moment. Ähm. Ja. Äh, die Framerate bricht gerade wieder ein. Sorry, dass ich dem das Wort unterbrechen muss. Haltet euch warm. Das ist verfliext schwierig hier oben. Mal gucken. Ähm. Meister Onok wird mir an den Kragen gehen. Ich habe eine Trilogie von Fettwürgs Weg ausgeliehen und zwei der drei Bücher an Freunde weiterverliehen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr an wen. Onok startet mir nicht zu gehen, während er im Laden ist. Aber ich bin sicher, dass er jeden Moment die fehlenden Bücher entdecken wird. Und habt ihr ein paar Minuten Zeit, um euch für mich in der Stadt umzuhören? Hm. Ähm. Nein? Kann man da nicht irgendwie Nein auswählen? Nein, haben wir nicht. Ha. Ihr seid sehr freundlich, Fremder. Ich will euch gerne für eure Mühen entlohnen. Hier ist eines der Bücher, damit ihr wisst, wie sie aussehen. Herzlichen Glückwunsch. Wie sollen wir dir denn mitnehmen, du Witzbold? Kannst du diesen Ding da noch tragen? Ja. Zum Glück. Hm. Das ist natürlich wieder... ...suboptimal. Wir müssen uns erstmal einen Kampfmagie suchen. Den brauchen wir momentan wirklich am dringendsten. Äh. Was ist das denn? Schmiede Eisenschmelze. Okay. Da werden wir gleich reingehen. Wir werden auch noch nicht mit dem Stadthalter reden. Denn wir brauchen erst einen Kampfmagier. Ja, blinkt doch noch mehr. Bücherrückgabe. Äh. Such die ersten beiden Bände der Trilogie bei Fitwirsweg. Das ist der Stadthalter. Wache außer Dienst. Nein. Noch nicht. Wir wollen erst nach oben. Warum der Esel mitrennt? Keinen blassen Dunst. Äh. Was gibt's denn hier? Die Penn. Die schlafen auch. Hier ist wohl auch nichts Brauchbares dabei. Nein. Ach Leute, das kann doch nicht sein. Ich ziehe denn kein Magier. Äh. Es tut mir leid, aber wir sind nicht so viele Legionäre außer Dienst geleistet. Was? Es tut mir leid, aber wir sind nicht auf so viele Legionäre außer Dienst eingestellt. Könnt ihr hier warten, bis wir wieder etwas frei haben? Nein, wir wollen doch gar nicht hier pennen. Wir wollen nur... ...einen weiteren Begleiter. Der sieht... Häuptlings sagen, Krodok bringen Karawane sicher in Königreich Epp. Ich bringe nach Stonebridge. Dann mault ihr Fresser Krugs brennend statt. Fahrer stehlen Wagen, nehmen Gold von Krodok und laufen weg. Krodok folgen nach Gletschachtal, aber nicht weiter folgen können. Krodok helfen dir, wenn du Krodok helfen. Krodok gut entschlagen, hauen, machen kaputt, alles. Du mögen? Ähm... Was hat er denn so zu bieten? Eigentlich brauchen wir keine Nahkämpfe mehr. Wir sind drei Nahkämpfe. Das sind mehr als genug. Äh, soweit ich weiß, hat der Stadthalter die Patrouillen von Fettwürsweg. Fettwürsweg abgezogen, um genug Truppen zum Schutz von Fungelhülle und Stonebridge zu haben. Ähm... Habt ihr etwas für den Stadthalter? Dann sprech direkt mit ihm. Ich berichte nur über den Zustand in der Feste von Kross. Das ist nicht gut. Gut, dann reden wir erstmal mit dem Stadthalter. Beim Drachen, da habe ich einen guten Kampf verpasst. Ha! Die Legionäre berichten, jenseits des Berges sei es noch schlimmer. Drog-Bogen schützen, plündern Dörfer im Osten. Krug-Plünderer suchen irgendein verfluchtes magisches Artefakt. Da braucht man kein Seher zu sein. Angefangen hat das alles mit dem Verschwinden von Großmagier Merik. Die Wirtin sagt, sie wisse, wo er ist. Aber ich sage euch, Merik ist tot. Oder eine Geisel unserer kriegslustigen Freunde im Osten. Wenn ihr ihn findet, habt ihr auch die Ursache für diese Maläsche. Ich begrüße ja eure Hilfsbereitschaft, Soldat. Aber ich muss jetzt eine Schlacht hier planen. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, verstärkt die Männer in der Feste von Kross. Geht einfach der Nase nach durch die Eishöhlen. Dann kommt ihr schon hin. Okay. Wir haben einen Haufen neuer Aufträge. Wir haben einen Haufen Aufträge erfüllt. Okay. Die Informationen und den Bericht haben wir weitergeleitet. Wir müssen noch die Nachricht überbringen. Schwester Ada, die steht glaube ich draußen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Die müssen wir dann noch suchen. Die suchen nach Merik. Findet Merik den Großmagier. Den müssen wir finden. Der wird wahrscheinlich auch die Lösung um viele unserer Probleme sein. Legionswächter? Nein. Jetzt müssen wir aber erstmal kurz die Schwester Ada suchen. Äh. Ja. Ja, genau. Ähm. Danke. Ist die vielleicht hier drin? Was ist denn hier drin? Legionswächter. Nein, nein, nein. Das wollen wir jetzt nicht lesen. Aber wobei? Komm, wenn wir schon da sind. Sieht aus, als hättet ihr genug eigene Kräfte. Ach, genug eigene Kämpfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz wach. Genug eigene Kämpfe durchgestanden, mein Freund. Na, mit etwas Glück. Bieten die vom Stadthalter geplanten Gegenangriffe den Stoff für Geschichten, die ich noch meinen Enkeln erzählen kann. Aha, aha, aha. So, okay. Ähm. Okay, die Schwester ist auf jeden Fall da nicht dabei. Gut. Äh. Äh.